Am Donnerstag trainierte Nico Elwedi erstmals nach seiner Urlaubsrückkehr wieder gemeinsam mit der Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Auch für Torwart Jan Sommer war es die erste Einheit mit dem Team. Käpt'n Lars Stindl hat die Folgen der Außenbahnzerrung im Knie überstanden und nahm wieder am Training teil. Nationalspieler Jonas Hofmann blieb dagegen dem Trainingsplatz fern. Stefan Leiner, der beim Test in München wegen Knieproblemen kurzfristig passen musste, beließ es bei einer lockeren Laufeinheit.